Wir sind gerade am Kochen, weil wir heute einen Pick in der Reihe haben. Ich bin jetzt der Michi, weil ich nicht kochen kann. Geil, die Kamera ist angelaufen. Dann kommt der Fabio und dann wegkommen wir Joni, weil er eh verpennt. Und ja... So, es ist wunderbar. Also... Was ist der Plan? Wir gehen heute ein Schultapier aufnehmen. Elias kann, glaube ich, nicht. Ja, der Fabio ist gekommen. Wir haben extra viel aufgestanden, damit wir jetzt voll kochen können. Dann können wir dort essen. Und dann zeige ich jetzt mal, wie crazy wir sind. Wir sind einfach fucking ein Schnorriger Mann. Mühle. Wir lernen schon Reiss mit Chicken und so Zeug. Das ist das erste Mal seit dem Jahr, als wir vor dem Mittag losgegangen sind. So lange Zeit, Alter. Wir sind jetzt hier oben, auf dem ersten Dach. Wir haben das Problem aber. Und zwar kommt diese Möben an. Wir sind ganz oben. Die haben einfach versucht, anzuschissen. Wir müssen einen Runbang machen. Oh shit! Oh! Oh my god! Oh my god! Scheisse! Let's go! Oh, scheisse Möben! Oh! 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 Oh, shit! Normal, neu! 1, 2, 1, go! 1, 2, 1, go! Ich komme mir schon, und dann kommst du schon! Ich gehe jetzt hoch! 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Was ist das für ein Mensch? Wir gehen jetzt auf Städtodachbund. Let's go! 5, 2, 1, go! 5, 2, 1, go! 5, 2, 1, go! So, ich zeige euch jetzt unser Penthouse. Da könnten wir alle reingehen, aber das ist schon gesperrt. So, das sind alle Putzfrauen. Und dann sehen sie, der Huber hat hier unsere Garten gemacht. Alles schön und tipptopp. Oh, was ist denn das? Soll ich mich noch gerade abonnieren? Was ist das? Was ist das? Nein! Das ist natürlich normal, das war die Wasseranlage von Henni. Let's go! 3, 3, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 4, 2, 1, go! 4, 2, 1, go! Oh, f***! Shit! Nein, nein, nein! Wir müssen gehen! Wir müssen gehen! Wir müssen gehen, wo wir kommen. Okay, wir haben ein Problem, dass jemand zu sehen und ein Bilder von uns macht. F***, wir rennen jetzt einfach schon raus. Mach du, mach du! Ja, darfst du das erwähnen? Ja, es hat vorhin jemanden gebrochen. Und so ist es für euch auch okay. Wenn sie wahrscheinlich sagen, ja, wenn jemand ganz schön sagt, ja, egal, wir gehen. Also, wir gehen sie gerne. Dann sollen wir normal früh sein, falls sie etwas fragen. Ja, wir gehen uns doch mal Foto machen, wie ist das? Dann gehen wir uns auf die Visitenkarte, ob sie uns vielleicht wissen, ob sie uns vielleicht schon kennen. Nein, nein, nein. Wir gehen nach Foto und uns und sagen, dass wir das sagen. Ja, wie? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Der Jump wäre geil, irgendwie. Wenn wir am hochlaufen sind, kommt einer oben durch. Yes! Yes! Sick! Wir kommen hier oben und schauen, dass wir hier den Jump machen. Und dann schauen wir, dass wir hier unten wieder hochkommen und dann den Jump machen dann dort hinten irgendwie runter. Jetzt gehen wir wieder runter und hoffentlich werden wir nicht gehatcht. Holy shit! Oh mein Gott! Wenn wir zurückgehen, war es ein richtiges Gönchi. Es war ein paar Leute, aber ich glaube, es kommt ein bisschen davon. Jetzt machen wir einfach eine Mittagspause und dann gehen wir zum nächsten Mal. Nachher nochmal andere Lärmung und dann spreiten wir. Let's go! Wir sind jetzt auf dem nächsten Dach. Wir haben das vorher getrennt. Und jetzt müssen wir uns in die Szene machen, dass wir uns trennen und dann wieder zusammenkommen können. Dass die Dreivolge immer richtig ist. Wir sind jetzt auf dem nächsten Mal. Oh Gott! Was ist das? Hat mich drin ein bisschen geschnitten? Ripp, mich hat innen ein bisschen gestochen, das Biss verdammt nochmal auf dem Rücken. Scheissdach, Alter. Immer diese scheisse Pflanzen, die sind so scheisse. Kannst du nichts machen. 3, 2, 1, go. Das ist illegal. Please do that note at home. Okay, ich will sehen, wie gut ich bin. Und das macht nichts. Ziel ist es. Ja, Chantas machen. Ich habe die Chantas gemacht. Ja, ja. Dann macht die Bruder. Let's go! Fertig. Was ist los? Wir haben 4 oder 5 Laufs gemacht. Jetzt gehen wir auf den Shopping. Wir sind gelaufen. Wir haben gemerkt, dass wir in die Kamera kommen. Jetzt gehen wir auf den Shopping. Let's go! Fertig. 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 Also wir sind jetzt am Shopping-Dach runter, wie ihr gesehen habt. Und ja, ich mache jetzt zwei Runs. Zwei, drei. Und dann gehen wir auf ein anderes Dach im Speitenbach. Ja. Fertig. 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 Bzwstra, das ist gut. Tatsache. Tančk korrekt. Fertig. Fertig. Bearsi, be� universo. Ja. Fertig. Spreng für Sie im박iv. Are you ready? Wir sind jetzt auf dem Shopping, da haben wir kein Wasser. Wir sind voll am Dehydrieren, es ist irgendwie 30 Grad. 3, 2, 1, go! Ok, das geht mit dem Proof the PV in Switzerland. Und ja, abonniert euch! Let's go!